Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Diesmal nehme ich euch mit. Ich bin eine Woche auf Arosa Sena auf Flusskreuzfahrt, dem größten Flusskreuzfahrtschiff Europas. Und ich freue mich. Übrigens ist das auch ein umweltfreundliches Schiff, weil das ist nämlich ein Emotion-Chip. Das bedeutet, das hat einen hybriden Antrieb. Die Bordkarten sind aus stärkeren Pappe, also auch umweltfreundlich. Da stehen nicht mal die Namen drauf, sondern die werden wiederverwendet bei der nächsten Reise, solange die noch gut aussehen. Sonst werden die ausgetauscht. Wir waren gerade beim Einschiffungssnack, kann man das so nennen. Und ich bin begeistert bisher. Jetzt kamen die Koffer an. Das heißt, ich will mich erst mal Koffer auspacken. Und ihr seht es, ich bin gerade einfach überwältigt, wie toll dieses Schiff einfach ist. Ich habe noch nicht alles gesehen, weil für mich beginnt erst der Urlaub, wenn der Koffer ausgepackt ist. Deswegen packe ich jetzt mal ganz schnell den Koffer aus. So Leute, ich bin hier gerade in der Sena Bar, beziehungsweise auch Lounge. Abends finden hier ein paar Veranstaltungen statt oder halt einfach gemütlich in der Bar sitzen, wenn man nicht gerade draußen ist. Ich fand das sehr schön, weil ich kann hier überall so wunderschön rausgucken. Wenn du das scannst, hier drauf, für Getränkebestellung, kannst du alle Getränke, die hier in dieser Karte drin sind, bestellen. Und dann werden sie dir gebracht. Also du musst nicht mehr warten, bis der Kellner kommt und das finde ich super. So Leute, wir sind hier ganz vorne am Schiff. Ich glaube, das heißt Captain's View. Hier sind richtig schöne Sitzplätze. Da ist der Captain. Wir sind gerade auf dem Weg nach Amsterdam. Guck mal, jetzt ist der Fernseher draußen und wir können so schön Olympia schauen. Es gibt hier sogar so eine Puzzle-Ecke, wo man so Spiele ausleihen kann. So Leute, wir haben jetzt in Rotterdam angelegt. Ich sitze hier gerade in so einem Hängesessel. Um 15.30 Uhr geht unsere Grachten-Tour los. Ich freue mich drauf. Also hier oben hat man wirklich eine Menge Platz. Hier kommen wir zur Up-and-Down-Bar, wie der Name schon sagt. Die fährt hoch und runter. Gerade ist sie runter. Und irgendwann kommt die auch mal wieder hoch. Ich weiß noch nicht wann, aber dann gibt es hier oben auch lecker, fancy Getränke. Ich habe gerade einen Schiffsrundgang für Instagram gedreht und für TikTok. Könnt ihr sehr gerne mal abchecken. Das Mittagessen war übrigens auch sehr, sehr lecker. So, wir sind jetzt zurück von der Grachtenfahrt und super schön. Ihr wisst ja, ich bin lauffaul, deswegen war der perfekte Ausflug. Das ist auch nur so 500 Meter ungefähr vom Schiff. Genau. Um 18.30 Uhr gehen wir nämlich in den Sena-Grill. Das ist ein Spezialitäten-Restaurant auf der Arosa Sena. Und wir sind schon gespannt. Ist aufpreispflichtig, aber wir testen das Ganze einfach. Ich nehme euch mit. So, hier haben wir das Hack von Arosa. Ja, mehr habe ich nicht zu reden. Wir gehen wieder an Bord. Und das Einzige, was wir machen müssen, nicht stolpern, das auf jeden Fall nicht, unsere Landkarten an der Rezeption abgeben. Ja. Absolut, ich muss jetzt wieder jedes Mal das Selbe. So, das ist mein Outfit für den Sena-Grill. Let's go! So, der Abend neigt sich dem Ende. Wirklich, dass oben noch Skippo spielen und in der Bar da da ein bisschen Musik. So, guten Morgen, Leute. Wir gehen jetzt zum Frühstück. So, Leute, wir sitzen hier gerade beim Frühstück. Und hier ist es so. Du kannst Tische reservieren, die ganze Reise. Also, wenn du am Anfang hingehst und sagst so, ja, du möchtest den Fensterplatz gegen ein bisschen Aufpreis, ein bisschen Trinkgeld, ist die ganze Reise reserviert. Wir haben jetzt auch so einen Tisch tatsächlich. Ich kann es dir euch mal zeigen. Stehen unsere Kabinennummern dran. Wenn es voll ist, keiner sitzt in unserem Tisch, weil es halt unserer ist. Ist voll praktisch. Aber man findet auch, wenn man nichts reserviert, findet man auch genug Tische. Hinten ist zum Beispiel ein Bereich, wo man nicht reservieren darf. Da saßen wir auch gestern tatsächlich, wo wir noch keinen Tisch hatten. Ja, aber ich finde das cool, dass es sowas gibt. Manche mögen es, manche nicht. Ja. So, wir sitzen jetzt hier noch ganz vorne. Oh, ich liebe es hier. So, wir gehen jetzt in die Stadt. Es ist kurz nach neun. Ich weiß, es hat noch nichts offen. Jetzt müssen wir unsere Landtagskarten wieder abholen. Das ist hier so. Du gehst an die Rezi und holst dir eine Karte, dass du an Land bist. Genau, also hier wird keine Karte gescannt oder so. Du musst dir die Karte holen. Wenn du wiederkommst, dann bringst du sie wieder. Da hinten, geradezu, sehen wir den Hauptbahnhof. So, wir laufen jetzt in der Stadt vorbei am Booking.com-Gebäude. Ja, Sonne scheint teilweise sehr windig. Heute wurden auch wieder Ausflüge angeboten, aber wir wollten einfach so in die Stadt laufen. So, wie gesagt, die Läden haben noch nicht offen. Wir sind jetzt in irgendeiner Nebenstraße. Also, hier gibt es auch ganz viele Shops. Wir sind jetzt ein bisschen außerhalb von Amsterdam, weil ich hier in so einem Laden wollte. Ich habe sogar einen Rock gefunden. Und jetzt haben wir uns ein Uber bestellt und fahren nämlich zurück zum Schiff. Ich besonnen mich jetzt noch an Deck, weil es ist echt schönes Wetter und schön warm. Es gibt erst in einer Stunde Mittagessen um 13 Uhr. Und ihr kennt mich, ich habe immer Hunger. Und jetzt essen wir mal ein bisschen Kekse. Und trinke was. Bademantel ist geholt von der Rezeption. Wir gehen jetzt oben in den Pool. Ich hoffe, es ist leer. Wenn nicht, geht es unten in den Spa-Bereich. So, Leute, wir haben gerade schon wieder abgelegt. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Rotterdam. Da kommen wir tatsächlich schon um 0.30 Uhr an. Das geht jetzt gleich zum Abendbrotessen. Endlich. Ich habe Hunger. Es ist nämlich gleich 18.30 Uhr, gibt es Abendbrot. Und so lange genieße ich die Fahrt hier noch auf dem Balkon. Die schleusen gerade. Deswegen dieser Hintergrund. Wir sind diesmal an dieser Mauer. Die Schleusenfahrt haben wir hinter uns gebracht. Das Deck ist wieder eröffnet, oder? Ist es schon offen? Ja. So, ich lasse den Abend jetzt noch ausklingen. Und gehe wahrscheinlich in die Lounge, in die Bar. Da ist immer so ein bisschen Musik und DJ in der Tanzfläche. Wie ich tanzen gehe, ich glaube nicht. Aber es ist entspannt. Genau, dann sehen wir uns morgen in Rotterdam wieder. Guten Morgen, Leute. Heute liegen wir in Rotterdam, bzw. seit heute Nacht schon. Ihr habt ja die Einfahrt gesehen. Und das Lustige ist, diesmal liegen wir an der Landseite. Das finde ich ja grandios. Ich liebe ja sowas. Wir gehen jetzt von Bord in Rotterdam. Übrigens ist heute richtig schönes Wetter. Es wäre nachher 28 oder 30 Grad. Und jetzt gehen wir zu meinem Lieblingsschuladen in Rotterdam. Den gibt es ja auch nur. Also, falls ihr mir andere Schuhe sucht, und es halbwegs preiswert, dann geht da hin. Ja. In Rotterdam gibt es den besten McChicken, den es je gegeben hat im McDonalds. Den esse ich jetzt. So, gleich geht es zum Abendbrot. Und ihr fragt euch sicherlich, was ich in der Zeit gemacht habe. Ich war auf dem Pooldeck, es gab Mittag, und ich habe einfach nur gechillt. So Leute, wir sind kurz vorm Ablegen. Ich setze euch jetzt auch mal auf den Balkon. Natürlich erst das Fliegengitter wegmachen. Hallöchen. Über diese Gangway kommen wir ja immer rein. Und die nehmen wir auch jedes Mal mit, mit dem Kran. Das heißt, die wird gleich abgebaut. Ich weiß nicht, ob es die Ablege-Melodie ist, aber ich glaube schon. Es gibt schlechtere Ablege-Melodien auf jeden Fall. Ja, doch. Also man hört ja auf jeden Fall nicht auf dem Balkon. Also bei uns auf jeden Fall nicht. Wir werden tatsächlich gleich noch eine kleine Hafenrundfahrt machen. Und zwar fahren wir durch die zwei Brücken. Die zweite ist die Erasmusbrücke. Ich glaube, die kennen sehr, sehr viele von euch. Ja, ich freue mich drauf. Ich bin da nämlich noch nie durchgefahren. Immer nur davor gehalten. So, wir sind jetzt durch die Brücke gefahren. Ich fand es toll. Sonst liegen wir immer da an diesem Terminal. Ja, also wenn man mit Hochschichtschiffen fährt. Das ist das Diva, das Diamantenmuseum von Antwerpen. Da laufen sie circa. So, wir gehen jetzt in die Stadt in Antwerpen. Keine Ahnung, wo wir lang müssen. Aber wird schon. So Leute, jetzt sind wir an so einem Platz. Und hinter mir ist das Rathaus von Antwerpen. Das hat so schöne Flaggen. So Leute, typisch für Belgien darf eine belgische Waffe nicht fehlen. Die habe ich mir jetzt an so einem kleinen Stand hier geholt. Und ja, die probiere ich jetzt erst mal. Aber die ist noch heiß. Leute, dieser Mülleimer hat mit uns gesprochen. Ich habe zwar nichts verstanden, aber er spricht. So, wir sind wieder fast am Schiff. Und da hinten irgendwo sieht man schon, ich sitze hier gerade wieder auf meiner schönen Schaukel. Guten Morgen Leute, es ist Tag 2 in Antwerpen. Ich genieße noch die Sonne, wir haben Viertelzehn. Und das ist mein Ausblick. Hier liegen noch zwei andere Flusskreuzfahrtschiffe und da hinten liegt noch ein Kreuzfahrtschiff. So, wir haben abgelegt und ich sitze auf dem Balkon, genieße noch die Sonne, genieße die Aussicht. Morgen haben wir einen Flustag. Ich muss ganz aufpassen, dass ich nicht Seetag sage. Ja, das ist übrigens ein Arosa-Spritz. Sehr, sehr lecker, kann ich nur empfehlen. So, Leute, der letzte Tag bricht an. Wir haben vor unserer Kabine unsere Kofferbänder bekommen. Gelb ist für den Transfer zum Bahnhof. Bis 7 Uhr müssen wir unsere Koffer morgen früh vor die Kabine gestellt haben. Dann wird das automatisch alles geregelt. Und ja, ich liebe das einfach auf dem Balkon zu sitzen und alles zu beobachten. Ist einfach toll. So, Fazit der Reise. Ich fand die mega, mega cool. Die Woche verging wie im Flug. Ich weiß auch nicht warum. Ich fand es super, dass das Schiff so modern ist und hier auch so schön vorne sitzen kann. Dass es ein Riesenpool ist, ein mega schöner Spa. Man liegt auch wirklich eigentlich immer in der Stadt. Meistens liegst du ja mit Hochseeschiffen, also Kreuzfahrtschiffen meistens weiter draußen. Hier liegst du ja wirklich weiter drin. Das Publikum, was mich auch immer super viele Leute fragen. Wir haben gerade Ferien und da es ein Familienschiff ist, sind die Leute hier auch ein bisschen jünger. Gestern lag mit uns ein anderes Flusskreuzfahrtschiff da. Nicht von Arosa, sondern eine andere Reederei. Und da war es wirklich so klischeehaft, da waren nur Ältere, richtig? Ja. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich. Und zwar für mich persönlich könnte das Entertainment ein bisschen besser sein, beziehungsweise ausbaufähig ist das. Es gibt Entertainment am Abend, das ist okay. Das ist besser als gar nichts. Aber ich meine, so Tagesaktivitäten oder so. Ich bin noch nie so entspannt von einer Kreuzfahrt, also in dem Falle eine Flusskreuzfahrt, zurückgekommen. Ähm, ja. Also wer Partys will oder alles andere, der ist hier falsch. Aber wer Entspannung will und einfach mal Ruhe und trotzdem das Schiff sein genießen will, was er sonst oft hat, weil ich glaube, viele von euch sind sonst auf Hochseekreuzfahrten, der ist hier absolut richtig, um mal was anderes zu machen. Und viele fragen mich ja immer so, ja, mit Kindern und dies und das. Wir haben gestern eine Familie getroffen, die war ungefähr so 30, die hatte so zwei Kinder, so ungefähr sechs bis acht Jahre. Die sind schon zum zweiten Mal mit dem Schiff gefahren. Und den Kindern hat es damals schon sehr, sehr gut gefallen und jetzt wieder. Klar ist es in Ferien, nicht vergessen, da sind noch ein paar andere Kinder drauf. Haben die wieder Kinder, mit denen sie spielen können. Aber jetzt, das war dazu. Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, falls ihr eine Flusskreuzfahrt buchen wollt mit Arosa oder sogar Arosa Sena, dann benutzt gerne den Code JOSELI2024. Die Bedingungen, das Wandergültiges steht hier und nochmal in der Videobeschreibung. Heute haben wir noch einen ganzen Flusstag. Den filme ich hier nicht mehr mit, sondern ich filme den auf Instagram und TikTok. Also folgt mir auch sehr gerne da oder schaut vorbei, wenn ihr so wissen wollt, was ich an einem Flusstag mache. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch, schreibt einen netten Kommentar rein und wir sehen uns vielleicht irgendwann mal an Bord.